Musik Ja gut, jetzt sind alle keine Stücke, die wir sonst nicht spielen gewesen. Aber es soll ja auch irgendwie Spaß machen, letzten Endes. Und es kommt ein ganz altes Stück, was wir auch seitdem immer spielen, seit irgendwie 2012 oder so. Ha, ob jemand von uns kann. Achso, ja, ja, insoweit. Musik 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 Musik